Die Frauenhunde haben hier einen Garnetentwickel und sie mussten zum Fahrt locker gemessen halten. Die sind im Mittag ein ganzes Fingerninöhnchen, die Frauen. Bei den Langfahrten haben sie zwei Probleme. Die Frauenhunde haben die Leiter des Großes, die sich aus dem Luft haben. Hier dieser Hund hat eine schnitzkörperbare Haug, hat eine wunderschöne, blaue Körperbehaug. Und die ist auch da, wo sie hingehört. Und was mir bei dem Hund gegen gefällt, ist eine schnitzkörperliche Halbzlänge, den Übergang konsensierend in den Rücken und eine linear Verlaufung umgelegt. Vorder- und Hinterhand agieren die Achsel parallel. Wenn man es aus der Seite reisen sollte, dann müsste man sagen, dass die Beharrung unteren Bereich des Brusts der Seite etwas wichtiger sein soll. Hier, nochmal. Sie sehen, die Leine ist jetzt noch nicht gut abgestimmt. Wir haben uns zu spielen. Und wir werden Sie zum ersten Mal mit einem an den Stand zeigen. Ja, so stehen Sie gut. Sie zeigt eine korrekte Vorbrust. Allen Teilen ansprechend wollen wir es vorzüglichen. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.